Hallo und herzlich willkommen zu Forschergeist. Heute werden wir uns über Bienen unterhalten. Der Siegeszug des Automotors, der hält noch an. Ende in Sicht. Ich weiß gar nicht. Was hat denn diese digitale Revolution ausgelöst in der Schule und was hätte es denn noch alles auslösen müssen? Ich bin der Verwalt für die deutsche Wissenschaft. Die Wüste, was ist der Thema? Ohne Umschweife. Sie sind Wüstenforscher. Warum haben Sie Ihren Stieg in die Wissenschaft gewählt? Ich weiß nicht, wie oft ich damals den Film Lawrence von Arabien gesehen habe. Konkret steht heute im Mittelpunkt die Organisation Wissenschaft im Dialog. Welche Rolle spielt Wasser in der gesamten Ökologie einer Stadt? Ganz für die deutsche Wissenschaft mit dem Thema Verkehrsforschung. Was ist denn so der Stand der Dinge eigentlich im Bereich autonomes Fahren? Was haben wir eigentlich für ein Wissenschaftssystem? Wie verändert sich ein Wissenschaftssystem? Wie verändert sie unser Lernen und Lehren? Wie funktioniert das? Wie hat sich das entwickelt? Vor welche Herausforderungen ist es gestellt? Wie verändert sich ein Wissenschaftssystem? Wie Die